Ein Leben im Freien, geprägt durch einen dynamischen, erfrischenden und praktischen Stil. Nicht nur eine Tendenz, heute vielmehr ein Bedarf. Setzen Sie Ihrer Freude an der Natur keine Grenzen. Gehen Sie eine neuartige Beziehung zur Welt und Ihrem Umfeld ein. Entdecken Sie eine einfache, kompakte und allumfassende Lösung. Das Miniset Klaber. Die Bewässerungstechnik erschließt eine neue Dimension. Beim aus robusten, haltbaren und erstklassigen Materialien gefertigten Miniset Klaber handelt es sich um ein neues Schlauchträger-Modell, das auf engstem Raum alles enthält, was für eine wirksame und bequeme Bewässerung gebraucht wird. Der Spezialschlauch mit hochwertigem Gewebe ist einfach aufzurollen, angenehm im Griff und in seiner silbernen Farbe elegant anzusehen. Mit der automatischen Schnellkupplung im Lieferumfang wird die Spritzpistole im Nu- und einwandfrei wasserdicht auf den Schlauch gesteckt. Und außerdem wird die Bewässerung durch die Öffnungs- und Schließtaste noch bequemer. Übrigens hilft sie auch, kostbares Wasser zu sparen. Das Miniset ist auch für die Wandmontage geeignet und der Schlauch braucht nur in der notwendigen Länge abgerollt zu werden. Das Miniset Klaber ist in zwei Versionen erhältlich, Balcony und Garten. Die beiden Modelle unterscheiden sich durch die Funktionen der Spritzpistolen. Die Mehrstrahl-Spritzpistole des Modells Balcony bietet vier verschiedene Bewässerungsarten, die ausdrücklich für Topfpflanzen konzipiert sind. Darunter ermöglicht der exklusive Perlstrahl, die Töpfe mit einem sanften und gezielten Strahl ohne Wasserspritzer und herausfallende Erde zu bewässern. Der Strahl der Spritzpistole des Modells Garden ist gleichförmig und fein wie echter Regen, ideal für Rasenflächen und Blumenbeete. Der mitgelieferte Mehrfach-Gewinde-Adapter passt auf die handelsüblichen Gartenhähne, während der verfügbare Schlauch sämtlichen Bedürfnissen einer kleineren Grünfläche rund ums Haus genügt. Anschließbar an den Schlauch sind außerdem noch andere Klaber-Zubehörteile, darunter ein Regner. Nach der Bewässerung lassen sich ihm nun die Spritzpistole abschrauben, der Schlauch aufrollen Die Aquastop-Armaturen und der Wasserhahn-Adapter weglegen Die Spritzpistole in ihrer Aufnahme unterbringen Alles ordentlich aufgeräumt, griffbereit zur Hand, einfach zu säubern nach dem Gebrauch und mit minimalem Platzbedarf. Mini-Set Garden und Mini-Set Balcony sind zwei sinnvolle und zweckmäßige Ideen für alle Naturfreunde, die das Design und den Lifestyle von Klaber, den Wasserspezialisten, lieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 DIN NICHT DIN NICHTS DIN NICHTS